Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. So, jetzt müsste doch alles wieder perfekt hier laufen hier. Alles sollte jetzt umgestellt sein. Der sollte auch jetzt wieder ein 1440 aufnehmen. Wir werden sehen. So. Tahara, was ist los? Aber die Schau ist aufs Erste verschoben. Wenn ihr eine Eintrittskarte gekauft habt, wird diese euch das Gold gern erstatten. Gibt es ein Problem? Oh, vergebte Tahara. Ihre Sorge überwältigt sich schier. Eine der schrecklichsten Bestien ihrer Menagerie ist aus ihren Käfigen gekommen. Diese hat sich nur einen Augenblick lang abgewandt. Um mit einem Zuschauer zu sprechen, wisst ihr, und bing, das Monster ist ausgebrochen. Von welcher Art Monster sprecht ihr da? Oh, eine wilde Bestie mit schnappenden Kiefern und funkelnden schwarzen Augen. Die Bretonin, von der Tahara sie kaufte, hatte der Kreatur den Namen Burle gegeben. Aber lasst euch nicht von dem Namen täuschen. Ihr scheint fähig zu sein. Wenn ihr Burle findet, teilt diese gern ihren Gewinn mit euch. Okay, wir werden mal gucken, ob wir die finden. Diese ist beschämt von eurer Großzügigkeit, Wanderin. Sie wird dafür sorgen, dass ihr für die Gefahren dieser Aufgabe entschädigt werdet. Ich habe noch mehr Fragen zu diesem Monster. Natürlich. Tahara wird beantworten, was sie kann. Doch diese warnt euch. Ihr erfahrt vielleicht mehr, als euch lieb ist. Die Geschichten über Burle lassen einen bis auf den Grund der Seele erschaudern. Okay. Das muss ja mächtig sein. Könnt ihr Burle etwas genauer beschreiben? Ich muss wissen, wonach ich suche. Ja, ja, natürlich. Er schleicht auf vier krallenbewährten Füßen umher und reicht an der Schulter so hoch wie Taharas Hüfte. Das Fell schimmert wie von Blut benetztes Gold. Seine Ohren hängen wie Vorhänge schlapp auf die Backen herab, wobei sie eine Schnauze voller gelber Zähne umrahmen. Was schreibt ihr da gerade? Einen Hund? Ja, oh Wanderin. Ihr habt noch keine derart furchteinflößende Kreatur getroffen. Allein der Gedanke, dass der edle Wolf zu so einer gedrungenen Form des Todes und des Schreckens gezüchtet wurde. In der Sprache der Kajid, Taagra, bedeutet das Wort für Hund auch Tod. Ist das zu glauben? Hund bedeutet Tod? Wirklich? Nun, nein. Hund bedeutet einfach nur Hund. Doch ihr wisst schon, was Tahara sagen will. Naja, nicht wirklich. So, wo sollen wir denn jetzt hin? Wir sollen jetzt den Hund suchen. Okay. Ah, von mir schon wieder. Oh, um der Götter willen. Hundekot. Und auch noch an meinen neuen Sandalen. Na, verdammt. Schön, ich scheiße dran. Ja, mal schön rein in den Flatschen, du. Das sieht doch gut aus. Oben oder unten? Warte mal. Ach, hier geht's weiter. Ja, ist er ja. Findet Futter. Jetzt müssen wir aber noch Futter holen, oder was? So. Ja. Jalar. Jalar hofft, ihr habt einen guten Grund, ihn beim Essen zu stören. Ich konnte nicht ohnehin, euer feines, kajitisches Essen zu bemerken. Ihr seid entweder die am besten angezogene Bettlerin, die dieser je gesehen hat, oder das ist irgendeine Art von Betrug. Was habt ihr vor, Wanderin? Ich kaufe euch ab, was von eurem Essen übrig ist, 69 Gold. Was? Ihr wollt diesem seine Reste abkaufen? Das ist seltsam. Aber ihr seid im Geschäft. Dieser wollte schon länger mal das gezuckerte Trockenfleisch von dem Stand den Gang runter probieren. Das hier könnt ihr alles haben, Wanderin. Angenehm mit euch Geschäfte zu machen. So, Hundi. Komm raus jetzt hier. Zack. Sprecht mit Tahara. Wo war die jetzt? Wo? 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 Die Heldin kehrt mit dem fürchterlichen Burle im Schlepptau zurück. Sicher liegt ein mächtiger Zauber auf der Kreatur. Eure Magie weiß sogar diese zu erstaunen. Also, ich habe euren Hund. Das habt ihr in der Tat. Der Schlund von Glen Umbra wurde wieder eingefangen. Seine tierische Verschlagenheit bezwungen durch die Aussicht auf christliche Küchenabfälle. Ziswo, könntet ihr dieser hier ein wenig entgegenkommen? Das ist doch alles Teil der geheimnisvollen Aura. Nehmt einfach euer Gold und seid sprachlos. In Ordnung? Was haben wir gekriegt? Hunde-Runden-Schuhe? Okay. Der Schlund von Glen Umbra kehrt zurück. Weidet eure Augen an den kräftigen Muskeln, bevor er wieder hungrig wird und uns alle verschlingt. Guckt euch mal das Tier da an. Sieh sich einer dieser Monster an. Bayan hat noch nie so etwas Hässliches gesehen. Abgesehen von seiner Schwiegermutter natürlich. Dieser scherzt. So hässlich ist sie nicht. Aber ihr Temperament viel schlimmer als bei diesem Haufen. Das war ja eine Ziege bei. Vielen Dank nochmal, dass ihr den Hund von dieser gefunden habt. Keine leichte Aufgabe, einen wilden Menschenfresser wie Burle niederzuringen. Aber ganz im Ernst, haltet sein sanftes Wesen bitte geheim, ja? Wanderer bezahlen nicht, um trottelige, aber liebe Köter zu sehen. Das war also alles nur Teil des Auftritts? Was? Nein, natürlich nicht. Nun, anfangs zumindest. Tahara hatte nicht geplant, dass Burle entkommt. Aber als Schaustellerin braucht man glückliche Zufälle, ja? Ein wilder Hund, der in der Stadt los ist. Geschmeidige Helden, die die Verfolgung aufnehmen. Das ist großes Drama, Wanderin. Ihr meint, dass dadurch die Verkäufe steigen? Diese weiß, dass sie das tun werden. Zumindest so lange, wie ihr unser kleines Geheimnis für euch behaltet. Die Wahrheit, Freundin, ist, dass die Wahrheit langweilig ist. Sauer. Wir alle brauchen von Zeit zu Zeit eine kleine Prise Aufregung, ja? Okay, ich sage schon, das stimmt. Meint ihr, es ist sicher, solche Kreaturen mitten in der Stadt zu halten? Wenn dieser Hund wieder reinkommt, wer weiß, was er dann anrichtet. Der zerfleicht alle. Alle meinen. So, gut. Wir werden mal zur nächsten Aufgabe watscheln. Das war ja jetzt hier relativ kurz, die Aufgabe. Es gibt also auch kurze Aufgaben, ja? Warte mal, wir müssen hier hoch, hier rüber, da lang. Er ist aber flink, du, hier unterwegs. So, ein offener Auftrag. Zur Verteidigung von Elsmeier. Elsmeier braucht euch. Krieger der Katsch, hört her. Das nördliche Elsmeier und die Lander darüber hinaus stehen vor einer nie dagewesenen Bedrohung. Drachen, Verbrecher und Höhlenbestien kriechen aus jedem Winkel unseres geliebten Anäkina. Daher haben der Bürgerrat und die örtliche Wache sich in Krempen versammelt und eine Belohnung ausgesetzt für jeden, der sich für die Verteidigung des Heimatlandes einsetzt. Jeder mit Zeit und Eignung sollte sich schnellstens nach Krempen begeben. Joisi wird sämtliche Fragen beantworten. Okay, gut. Wo ist denn diese Aufgabe? Sehe ich die bloß schon wieder nicht? Ich glaube, ich sehe die schon wieder nicht. Findet LeBlanc? Warum ist denn das? Oh, ich hasse das. Junge, mach mir, wenn ich die Aufgabe annehme, gib mir diese Aufgabe. Es ist kein Wunder, dass ich das nicht finde. Da unten ist er. Ja, gut. Ich sag mal, hätten wir jetzt... Hätte ich jetzt darauf... Ja, ich... Ich hab diesen Questmarker gesehen, aber ich hab... Hm. Naja. Naja, ja, ja, ja. Meine Schuld. Meine Schuld! Naja, kommt vor. Heute sowieso... Also jetzt die Aufgabensession ist ein bisschen komisch hier. Too easy. Ah, seid gegrüßt, Wanderin. Seid ihr gekommen, weil ihr Arbeit sucht? Es gibt viel hier in Elsweyer zu tun. Richtig viel. Ja, ich habe euer Gesuch gesehen. Welche Art Arbeit habt ihr denn zu bieten? Alle mögliche Arbeit, Rook. Nisuzi bietet Aufgaben an, die ihr allein angehen könnt. Rihir versammelt große Gruppen von Kriegern für den Kampf gegen gewaltige Bestien und wilde Kämpfer. Und Schlachtenfugt Tanerline rekrutiert Helden für die gefährlichste Aufgabe überhaupt. Die Drachenjagd. Was könnt ihr mir noch erzählen? Nun, das hängt ganz davon ab. Über wen wollt ihr denn mehr wissen? Rihir? Nisuzi? Oder Schlachtenfugt Tanerline? Naja, wir wollen erstmal Schlachtenfugt Tanerline. Will Leute, um Drachen zu töten? Nun, jeder will Leute, die Drachen töten. Sie sind eine Landplage. Doch Schlachtenfugt Tanerline bezahlt Helden sogar dafür, dass sie es tun. Ein kleines Wort der Warnung. Niemand kann sich diesen Bestien allein stellen. Sucht euch andere Abenteurer, ehe ihr angreift. Oder ihr endet als knuspriges Bratühnchen, ja. Was hat Rihir Rihir zu bieten? Ja, Wanderin. Rihir spricht für die Ältesten von Krempen und die Clanmütter. Und sie erwarten so einiges von uns. Manche Bedrohungen sind zu groß, als dass man sich ihnen allein stellen könnte. Gewaltige Bestien, grausame Nekromanten. Alle möglichen Schrecken. Doch wenn ihr Erfolg habt, zahlt der alte Rihir Guts. Erzählt mir von den Aufträgen, die Nisuzi anbietet. Nisuzi ist eine Bandari. Und die Bandari brauchen immer irgendetwas. Die Arbeit, die ihr für sie machen werdet, wird euch wahrscheinlich in die Höhlen, Minen und versunkenen Ruinen von Elsweier führen. Gefährliche Arbeit, aber nicht so gefährlich, als dass ihr sie nicht allein zustande brächtet. Ah, alles klar. Ich hätte Interesse an dem Auftrag. Hervorragend. Bitte sprecht mit meinen Mitarbeitern. Sie werden euch dann helfen, euch zurechtzufinden. Hier ist ein kleines Wegegeld, um euch bei der Stange zu halten. Großzügig, ja? Ja, gute Jagd, Wanderin. Vergesst nicht regelmäßig vorbeizukommen, Wanderin. Dieser Vorschuss wird euch den Bauch nicht lange fühlen. Alles klar. So, wer ist jetzt wohl hier? Wo ist der Schlachtenvogt? Keine Ahnung. So, wir werden mal uns hier anhören, weil die ja blaue Quests sind tägliche Quests, ne? Das waren doch irgendwie... Können wir ja mal machen. Sie hat Gold, wenn ihr Zeit habt. Ein Tag ehrlicher Arbeit für eine ehrliche Bezahlung, ja? Was ist das für ein Auftrag? Es geht um Euraxias Soldaten. Nisuzis Vetter Hata meint, dass viele dieser krallenlosen, weichköpfigen Grobiane sich in den Wüstenwindkavernen sammeln. Sie haben vor, den Ort völlig auszublündern. Sie wollen die gesamte Weisheit unseres Volkes in ihren Besitz bringen. Ihnen ist nichts heilig. Nun, was soll ich tun? Unsere Freunde in den Adeptorien schätzen ihre Schriftrollen sehr. In schlechten Zeiten verstecken diese Adepten unsere Wagen. Sie bieten uns Zuflucht und warmes Essen. Da ist es nur gerecht, dass wir ihnen diesen Gefallen vergelten, ja? Bitte schnappt euch einige dieser Schriftrollen, bevor es das Gefolge Euraxias tut. Die Stimme ist... Die Stimme klingt wie... Camina? Hieß sie Camina aus The Expanse? Wiss ich jetzt gar nicht. Camina Drama? Ich glaube, ja. In Ordnung. Ich reise zu den Wüstenwindkavernen und nehme mir alle Schriftrollen, die ich finde. Diese weiß eure Hilfe zu schätzen und eure Verschwiegenheit, ja? Eilt zurück, sobald die Arbeit getan ist. Wer seid ihr noch gleich? Ah, diese heißt Nisuzi. Händlerin, Hellseherin, Musikantin und Schneiderin und manchmal Akrobaten. Wir Bandari erfreuen uns an allen Berufen. Bandari? Ja, der wandernde Wurf von Bandar, dem Vater der Banditen und der Ex-Sylanten. Viele Kajit fühlen sich in Städten und Siedlungen wohl, aber wir nicht. Wir lieben das Reisen, wisst ihr? Wie die Mutter von dieser es ausdrückt. Ein Haus ohne Räder ist nur ein teurer Sarg. Die Einheimischen, stört es nicht, dass ihr hier euren Wagen abstellt? Ha, natürlich stört es sie. Hausgeborene Kajit neigen dazu, auf uns herabzublicken. Sie nennen uns Streuner, Herumtreiber und Diebe. Doch uns stört das nicht. Wie Nisuzi sagte, Bandar liebt Ausgestoßene und Ex-Sylanten. Wenn ihr euch nicht mit Hausgeborenen Kajit vertragt, warum seid ihr dann hier? Euretwege natürlich. Abenteurer sammeln sich hier in Krempen, um zu kaufen und zu verkaufen, ja? Wenn der Clan dieser Arbeit hat, ergibt es ja nur Sinn, dorthin zu gehen, wo es die Arbeiter gibt. Bisher haben uns die Wachen in Frieden gelassen. Wir werden sehen, wie lange das anhält, ja? Naja, ist ja auch schon alles befreit hier, ach da, dass Schlachtenflug war, ja. Ähm, jo, hat er schon wieder nicht gemacht, alles klar. Du bist so ein... Ich glaube, das war vorher nicht so gewesen. Weisheit im Wind. Sucht nach uralten Schriftrollen. Okay, wo müssen wir da hin? Hier runter. Gut, dann werden wir mal schnell zum Portal. Und dann hier. Gut, ähm... Wir müssen in die Richtung. Kann natürlich sein, dass jetzt da drinnen auch noch eine Aufgabe ist. Und dann wird es aber mal schwierig hier. Oh. Ihr wimmelt es von gegnerischen Truppen. Wüstenwind-Kaverne. Wüstenwind senators. Wüstenwind. Unroh. Wüsten. Woanssterbeam. So, sieht aber nicht so aus, als wenn hier irgendwie... Ach, guck mal, da ist eine... Wie die Musik so einfach so abrupt aufhört. Das ist Wahnsinn. So, da der hier jetzt schon alles freigemacht hat, können wir ja eigentlich erst mal durchrennen. Na gut, wir sollen hier drei Schriftrollen finden. Dann tun wir die so. So, da der hier schriftst du. Sehr gut, da haben wir schon die nächste Schriftrolle. So, da ist nochmal zwei, das ist doch gut. Ist hier ja kein Boss oder was? Oh, der hat ja nicht reagiert hier, der Typ. Was ist denn mit dir? Warum bist du denn jetzt so? Das macht halt mehr Spaß hier mit diesem Bereichs-Dingens hier. Ich feier das Ding, wa? Geht halt auch ab. So, ist hier nochmal drin? Wüstenwind. Aber du würdest dich ja selber anzünden. Du bist doch nicht ganz sauer. Ihr wolltet euch nicht mit mir verscherzen. Vertraut mir. So, damit hätten wir jetzt die letzte Kassette auch noch. Haben wir. Oh, soll denn hier der Boss sein? Können wir den gerne abschließen jetzt hier. Verbrannt es! Die schießen die ja selber ab, die Hunde hier. Oh, Geistervieger hier, du. Da ist was großartig. Wie könnt ihr es wagen, das Ritual zu stören? Weiß ich nicht. Wie wage ich das denn? Na, da. 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 Ich muss erst mal wieder hier aufsammeln. Okay, das hätten wir es geschafft. Hä, wo ist denn hier raus? Ach da. Gut, damit hätten wir das ja geschafft. Alles klar. Damit sind wir durch. Warte mal, wir können doch dann eigentlich hier rausporten, oder? Wir können doch nicht direkt nach Krempen hier porten. Gut, dann nehmen wir das noch ab. Ist das da eigentlich Besondere? Wir können doch gleich mal hier so ein bisschen von dem Zeug hier essen. Oder wir müssen wo lang? Ne, in die andere Richtung. Da lang. Mensch. Zweimal er dreht, dreimal rum, dreimal links, vier haben Sinn. Immer diese Nekromantie. Sie ist vor. Nizutsi heißt euch auf eurer Rückkehr willkommen, Wanderin. Habt ihr die Arbeit zu Ende gebracht? Jo. Habt die uralten Schussrollen eingesammelt. Helle Monde. Unseren Freunden in den Adeptorien werden die Zuckerbrötchen aus der Hand fallen, wenn sie die hier sehen. Nun, eine gute Tat verdient gute Bezahlung, ja? Bitte sehr, Wanderin. Kommt bald wieder. Ihr sucht nach ehrlicher Arbeit, ja? Oder nach etwas Ähnlichem wie ehrlicher Arbeit. Nizutsi hat eine Aufgabe für euch. Nizutsi. Okay. Warte mal, wo ist denn... Was haben wir denn jetzt gekriegt hier? Wir gucken mal schon mal in den Inventar. Vorräte. Hier. Tagesbelohnung aus Krempen. Bogen der listigen Alphig. Und Schimmersand. Ein Material. Okay. So, okay. Alles nehmen. Nizutsi. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und tülü.